Sie sind Beobachter vor Ort. Waren Sie genauso überrascht wie wir? Ja, das kommt für alle Beobachter überraschend. Es kommt übrigens auch für die politisch Handelnden überraschend. Auch der Ministerpräsident wusste bis vor kurzem nicht, dass es einen solchen Amtswechsel gibt. Möglicherweise hat er es am Mittwoch erfahren. Da gehen die Informationen noch ein bisschen durcheinander. Aber auf jeden Fall auch er sehr kurzfristig erst darüber informiert. Und insofern ist das in der Tat eine faustdicke Überraschung. So eine Einstimmenmehrheit, da wandelt man immer auf der Rasierklinge. Da geht es immer darum, Abgeordnete, die mit dem einen oder anderen nicht einverstanden sind, auch einzufangen und mitzunehmen. Insofern ist das das Risiko einer solchen Einstimmenmehrheit. Aber dass es hier an dieser Stelle scheitern könnte, das lag nicht in der Luft. Zumal die Abgeordnete Twesten ja nicht die einzige Landtagsabgeordnete ist, die nicht wieder ins Parlament einziehen wird. Auch auf SPD-Seiten gibt es solche Fälle. Aber wie gesagt, dann der eigenen Mannschaft den Rücken zu kehren, dies hat niemand anderes getan. Und dies kam heute auch im Fall von Twesten überraschend. Ich habe mich jetzt nach der Sommerpause und nach vielen Überlegungen und Gesprächen entschieden, aus der Partei auszutreten. Ich sehe bei den Grünen weder vor Ort noch im Land eine politische Zukunft. Die Motivation für mein politisches Engagement ist und bleibt für mich der Einsatz für die Belange der Menschen im Elbe-Weser-Bereich. Umso mehr haben mich die Vorgänge rund um die Kandidatinnenaufstellung in meinem bisherigen Kreisverband in Rotenburg-Würme betroffen gemacht. Und zu den vielen Fragen, die ich mir in den letzten Wochen und Monaten in erster Linie gestellt habe, zählte vor allem die nach meinem zukünftigen politischen Engagement. Meine Damen und Herren, ich mache seit 20 Jahren Politik. Und seit 2008 setze ich mich im Landtag für meine Überzeugungen und für meine Wählerinnen und Wähler ein. Ich mache das leidenschaftlich, aber stets mit dem Bewusstsein für das Machbare. Und von daher habe ich mich gefragt, soll ich jetzt mit all dem aufhören, oder kann ich mein Engagement an anderer Stelle fortführen, ohne meinen politischen Gestaltungsanspruch aufzugeben? Und die Antwort lautet, ja, das kann ich. Ich sehe meine politische Zukunft in der CDU. Ich bin seit langem, und das wissen viele von Ihnen, eine bekennende Anhängerin von Schwarz-Grün. Denn ich habe eine bürgerliche Grundstruktur und muss mich in der Union nicht verbiegen. Und in den vielen Gesprächen der letzten Wochen und Monate zeichnete sich die Entscheidung ab, die Grünen zu verlassen. Und gleichzeitig bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass ich meine politische Arbeit innerhalb der CDU fortsetzen kann. Ich würde mich über das weitere Vertrauen von Ihnen, der schreibenden Zunft, meinen Kolleginnen, meinen früheren und meinen künftigen, aber vor allem dem meiner Wählerinnen und Wähler sehr freuen. Aus der Entscheidung von Frau Testen entsteht aus meiner Sicht im Moment eine bedeutsame Krise der rot-grünen Landesregierung. Die amtierende Landesregierung hat damit im Parlament, im Niederländischen Landtag, keine Mehrheit mehr. Was das nun für die weiteren Abläufe bedeutet, muss in den nächsten Tagen verfassungsrechtlich und parlamentarisch geklärt werden. Auch meine CDU-Landtausfraktion wird heute zusammentreten, um das weitere Verfahren zu erörtern. Frau Twesten gilt in ihrer politischen und parlamentarischen Arbeit als sehr sachorientiert und als Realpolitikerin. Und als Landesvorsitzender werde ich sie natürlich gerne in unsere Reihen aufnehmen. Es gab nach meiner Einschätzung sehr erkennbare Vorboten zu diesem Scheitern der amtierenden Landesregierung unter Ministerpräsident, weil sie hat sich insbesondere in den letzten Monaten eher aus meiner Sicht durch mutloses und kraftloses Agieren oder aber auch Nichthandeln ausgezeichnet. Ich nenne nur die fehlende Kontrolle im Aufsichtsrat von VW. Ich nenne die Vergabeaffäre im Wirtschaftsministerium und der Niederländischen Staatskanzlei. Ich nenne die Schulpolitik und auch die große Frage der Inklusion an unseren Schulen. Ich nenne die Unterrichtsversorgung. Aber auch zahlreiche Infrastrukturprojekte in Niedersachsen stocken. Letztendlich glaube ich sagen zu können, dass die amtierende Landesregierung unter Ministerpräsident Weil offensichtlich am Ende an sich selbst gescheitert ist. Der Sächsische Landtag möglichst rasch seine Selbstauflösung beschließt und möglichst bald bei uns in Niedersachsen Neuwahlen stattfinden. Es kann keine andere Instanz als die Wähler geben, die über die Mehrheiten im Landtag entscheiden. Das ist der Grundsatz, um den es heute geht. Und den müssen wir behaupten. Ich werde deswegen heute noch den Mitgliedern der Sozialdemokratischen Landtagsfraktion empfehlen, einen entsprechenden Antrag auf Selbstauflösung des Landtages einzubringen. Ich bin davon überzeugt, jetzt haben die Wählerinnen und Wähler das Wort. Das ist das Gebot der Stunde. Vielen Dank.